Kein Sommerhaus-Frust, Steffi und Julian feiern ihre Liebe Das Reality-Format Sommerhaus der Stars hat schon für einige Promi-Pärchen das Liedes aus bedeutet, sowohl Xenia Prinzessin von Sachsen, 31, und Haya Passan, 28, als auch Nico Schwanz, 40, und Saskia Azat, 26, und Mitzella Schäfer, 34, und Felix Steiner, 33, 30, gingen nach der Teilnahme bei der Show getrennte Wege Doch es gibt auch Sommerhaus-Paare, die dem Trennungsfluch trotzen Das perfekte Beispiel sind Stefanie Schmitz, 24, und Julian Evangelos, 26, das Sex-Love-Island-Duo liebt sich aktuell mehr denn je Mit einem süßen Pärchenpick und rührenden Worten erklärte Julian seinem Schatz auf Instagram seine Liebe, kein Mensch kann einen anderen Menschen so sehr lieben wie ich dich. Dazu signalisierte der Barträger mit einem eindeutigen Haastag, was für ihn zählt und was nicht, Geld ist nicht alles Ähnliche Zeilen veröffentlichte auch Julians bessere Hälfte auf der Foto- und Videoplattform Mit ihren Sozial-Media-Posts signalisieren die Reality-Stars jedoch nicht nur ihre tiefen Gefühle füreinander, sondern treten erneut gegen ihre Sommerhaus-Kollegen, die in ihren Augen die ganze Zeit nur das Preisgeld von 50.000 Euro im Auge hatten, da zeigen die meisten ihr wahres Gesicht Diese ganzen Ratten Alle nur geldgeil gewesen, aber Menschlichkeit hat die nicht interessiert, erklärte der 26-Jährige direkt nach der Show Wirker